Und jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob die Info drin ist. Die Info, die Info, die Info, Timer. Ja, die Info ist drin. Sehr gut. Ach ja, stimmt. Der hat ja jetzt ein Gesicht. Stimmt. Wir haben ja herausgefunden, dass wir als Simpfer 500 oder 1000 Jahre... Ich weiß das gar nicht mehr genau. Wir sind auf jeden Fall einige hundert Jahre alt. So, wenn der Zaun zu leise oder zu lausend sagt, das bitte wieder. Nicht, dass ihr hier leidet. War das nicht der Kasper mit der Maske? Simpfer 500 oder so. Ja, genau. Richtig. Richtig frisches. Der hat bis vor kurzem noch eine Maske getragen und jetzt... Ja. Kleinen Kommentar. Der Volk hat sich ja fast... Ja, ja... Wobei, eigentlich ist er ja noch recht knackig. Er hat sich ja eigentlich noch recht gut gehalten, würde ich sagen. Also schon... Wow. Der Kasper mit der Maske entwickelt sich zum Schlumpfen mit dem Erbis. Kühler! Mokus! Kühler! Hallo, Mokus! Wie kann die überhaupt essen, wenn da so ein Ring dran ist? Der sieht einfach falsch platziert aus. Die arme Kuh. Die würde zu einem grausamen Hungertod sterben. Nein. Die arme Kuh. 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 Das war ein Problem. Wenn du dich über die Menschen verletzt hast, ist, dass du nicht so schlecht war. Die wirkliche Schlechung ist, dass du dich verletzt hast. Du bist, die du dich für dich für die Kraft. Du bist, wenn du dich so fühlst, dann... ...dass du dich... ...dass du dich in der ZEN-Kindelung. Okay? Wenn du dich in mir zu kämpfen, dann... diese kühle im hintergrund ich kenne die größe die nur muh noch irgendwas Ich weiß. Das ist so. Aber was ich? Das ist so. Das war's für Sie. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Das war's für heute. Das ist in Luna. Nein, 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 nein. Ich merke das schon, Luna. Ich merke das schon. Warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Nein, nein, nein. Nein. Ja. 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 Ja, wobei, ich sag mal so, wäre ich 300 oder wäre ich 80 und ein 300 Jähriger würde mich entbaggern. Ganz ehrlich, ich würde nein sagen. Der verfällt ja schon. Der ist ja schon innerlich am Verwesen. Also, ne, irgendwie, nein. Aber wer's mag, ich mein, ne. Ich stehe der Liebe nicht im Weg. Wenn der 300 Jahre alt immer noch gut aussieht. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde leider denken so, alter, der Kerl ist 300 Jahre alt. No way. Niemals. Niemals. Ich, ne, irgendwie, ne. Ne, will ich nicht. Ach, stimmt, die, die Eulen sagen ja jetzt nichts mehr. Gerade, weil hier unsere Kuto ist grad nicht mit dabei. Puto steht da ja unten. Bin auch grade aufgewachsen und mal kurz hinlegen. Und ich muss nur wieder aufstehen. Ah, ja. Ja, aber ich hoffe, du konnte dass ich ein bisschen ausranreiben jetzt. Die Doktor würde ich auch nehmen. Und da ist übernahm. Nope. Nice alter Niklas Flamel. Miau. Ja, gut. Äh. Frischos steht auf Niklas Flamel. Er hat sich jetzt gerade geoutet. Naja, naja. Du stehst auf Elmarik. Ja gut, aber Elmarik ist erst nur keine tausend Jahre alt. Hoffe ich. Und er sieht einfach nur gut aus. Stehen tue ich auf Buschus. Also, ne? Nicht auf ihn draufstehen, sondern ich wusste, dass das kommt. Ich wusste genau, dass das kommt. Buschus, ich bin schon bei dir. Ach, dann hoff mal so gerettet. Er ist 32. Er ist ein Jahr älter als Buschus. Nö, ich nehm Buschus. Oder meinst du das, äh, Buschus 2, 30? Ich dachte nämlich jetzt auch erst du, aber... Nee. Nee. Nee, ich glaube... Ich, ich, ich glaube, die Rede ist... Ja, okay. Nee, nee, ich bleib bei Buschus. Nee. Nee. Buschus. Gucken darf man. Gucken darf man. Gegessen wird zu Hause. Ich glaube, ich kriege gleich einen drauf. Da sind wir zu viel Zahlen und Busch da. Ja, auch? Vorschuss, das ist gut. Sein, nein, Vicky und sein Typ. Bötchen, das empfehle ich dir nicht. Na gut, dann nicht. Ja, ich glaube, ich bin noch tue, ich habe mir. Es steht, ein Legeim, das recht怖. Echt? Oh. Ich bin ja so. Ich kann mir das auch訊 4. Ich bin ich, als ich, dann so will ich ihr jetzt. Ich bin, als ich, dann darfst du sein. Sieh. Ich jätteg隔. Ich sagte, ich bin nicht neu. Das ist... Ich habe meinen Graha. Ja, Graha kann es auch verhalten. Oh, Luna. Ux. Gibt es eigentlich mal ein Stream, wo wir keine zweitdeutigen Themen haben? Gibt es das überhaupt irgendwann einmal, wo das Niveau nicht einfach mal bei minus 3000 ist? Also, einmal. Ja. 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 Oh, nö, nicht mal wieder. Kann ich überhaupt hier irgendwas? Nee. Oh, hier. Für ganz Arme, mhm. Zu Weihnachten war ich auch immer eBay Watch. Da gibt es manchmal tolle Sachen. Oh. Gott. Bisches. eBay Watch. So. Outfits. So, er hat Samurai-Kleid an. Wie ist Samurai? Hier. Da fehlt auch das Samurai-Kleid. Das Kleid. Das Kleid. Äh, nein, das ist Uniform. Yeah. Nehmen wir das mal. Jetzt kriegt sie auch mal was anderes. Okay. Okay. Oh, sie hat ja noch das Samurai-Knoten fehlt ja noch. Äh, er hat die Taucher-Locke, ne? So. Er hat es auch schon sein Japano-Gedöns. Jetzt ist die Frage. Kann ich das nicht auch irgendwie so ändern? Ne. Okay, dann Dann laufen wir als Kisara rum Ich weine gleich Mit Befreude Wein, lecker Gerade jetzt einen schönen Glühwein Oh ja, Glühwein, das wär's jetzt Kann ich hier unters Ja Ganz leicht Sie trägt ein schwarzes Höschen Das war's Hahaha Achja Achja stimmt, wir müssen ja jetzt anders campen als vorher Da war ja was Pål Stefan Achja Achja Puls raus Achja 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 No, we need some more more! Selbstschuld! Kommst du jetzt mal wieder da runter! Das hab ich echt eingekriegt! Happy Wham! Happy Christmas! Ich hab ein ganz ungutes Gefühl! Lustig, dass du nur wohnst! Überrasch-Familie! Ja! Er hat eine ganz große Sammlung oben! Proszę Zasofi Beckhans! Alles klar? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Ich bin noch nicht aus? Ich bin noch nicht aufgeregt! Ich bin noch nicht aufgeregt! Ich bin dann schon alle, sieben stunden ja ja wenn er meint dass er in fünf bis sieben stunden wäre ja schön dann wenn oder preis nicht berechtigt mir recht es war eine stunde die reichte sagt zwei sekunden das mal zwei also bei 14 habe ich jetzt auch fast 1000 stunden ich weiß es im vergleich zu dir noch süß aber ich bin da ganz stolz drauf sehr gerne süß im vergleich zu mir sieben fünf bis sieben stunden vielleicht in seinen träumen ich hoffe dass ich erst zwei jahre spiel gut ich hab nacht warte wie lange hatte ich vor gespielt woher waren es glaube ich fünf stunden april angefangen ist eigentlich ganz okay viel spaß und blöcke frisches ich glaube ich spiele seit acht monaten so okay der hat jemanden auftrag das ist der 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 Notlage zu stecken. Ich hätte schwören können, dass wir bereits alle Zöge ausgelöscht haben, die ins Dorf gelangen wurden. Oh, ihr wart das? Die Zöge versuchen gar nicht, uns anzugreifen. Wir stehen in unsere Fische. Eure Fische? Ja, die sind Affenzöge, haben riesige Arme. Sie schlagen mit ihnen auf die Wasseroberfläche und erzeugen so massive Schockwellen. So betäumt sie die Fische, damit diese an die Oberfläche treiben und dort einfach weggeschnappt werden können. Irgendwie haben sie das in letzter Zeit gelernt und wir sind verdammt gut darin geworden, weil es uns hungrig macht. Dann sitzt ihr ja echt in der Patsche. Und richtig, es ist ja nicht so, dass Fische auf Bäumen wachsen. Die Raubfischerei ist nicht gut für unsere Gewässer. Oh, es geht also eher darum, wie sie fischen, als unnötig Fakt, dass sie euch die Fische wegschnappen. Die Einzigen, die das Zeug dazu haben, diese verrückten Affen zu vertreiben. Können wir unsere Vorreiche verlassen? Ja. Auf jeden Fall, wir werden diesen fiesen fischenden Zeugel ein für allemal vertreiben. Ich hätte es selbst nicht besser formulieren können. Die Situation hat sie echt erzürnt, da sie selbst ein Anglerin ist. Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Äh, das ist äußerst nett von euch, Ma'am. Tut mir leid, dass ich euch das aufbürde, aber wir wissen das sehr zu schätzen. Juhu. Ich glaube, ich sollte irgendwann auch mal anfangen mit dem Leveln, ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so den Drang, dass ich bald mal leveln sollte. Wir haben das so einfach nicht vernachlässigt. Da gibt es der zweite Ah, ja, ja, ja. Jakutte, Jakutte. Jakutte. Hier ferns irgendwo ein Hörer zu geben. Zweiunddreißig. Ja, ein bisschen so halt. ein bisschen so halt. Ja, 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 allein schon wollen wir kein richtiges Geheimnis mehr haben, Wir haben immer noch die Sarah. Könnte immer jemand die Güte haben. Beste Community willkommen. Uh, echt? Sehr geil. Na gut, da gäbe es einen Angelplatz, da möchte ich sowieso einmal hin. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten sowieso langsam mal anfangen mit Leveln. Ich glaube, da gäbe es so langsam kein Weg mehr dran vorbei. Kriegen wir auch was? Ne, 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 aそこ なんか どう? So, da na. Nelatte miru ka. Uuuu. Sa te, 魚 so was muss ich jetzt noch mal machen Also, ich glaub, die Pütte wollen nicht. Komisch, jetzt will er. Okay. Nein! Oh, Gott. Ah, ha, ha, ha. So. Nee, so. Nein! Oh, Gott. Nein! So. Nee, in die Richtung. Nein! Oh, Gott. Nein! Nein! Ich hatte es. Ich hatte es angeln. Ich will doch nur ein Fischi haben. Ich will doch nur ein Fischi haben. Ich will doch nur ein Fischi haben. Ich hatte es. Ich hatte es. Ich hatte es. Ich will doch mal ein Fischi haben. Ich will doch auch mal ein Fischi haben. Untertitelung. BR 2018